Liebe Augsburgerinnen und Augsburger, liebe Eltern, liebe Familien und aber auch liebe Kinder. Wir starten heute mit einem Meilenstein in Augsburg. Unsere Kita-Anmeldeplattform ist online gegangen und Sie, liebe Eltern, können Ihr Kind nun dort digital anmelden. Sie können dort auch digital die Einrichtung Ihrer Wahl genauer unter die Lupe nehmen und Sie können vor allen Dingen auch sehen, ob Ihre Wunscheinrichtung für Ihr Kind auf grün geschaltet ist und ein Platz für Sie noch vorhanden ist. Denn genau das ist das Ziel unserer Anmeldeplattform, einfacher, digitaler und transparenter hier in unser Augsburger Anmeldeverfahren gehen. Wir starten dieses Jahr mit Krippe und Kindergarten und der nächste Meilenstein wird im nächsten Jahr kommen, wenn Sie dann auch Ihr Hortkind anmelden können. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Anmeldung.